Mahlzeit, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, Keule am Start und ja, heute mal mit einem etwas ernsteren Thema und zwar der neue Lockdown ab Montag und ganz speziell die Punkte, die den privaten Bereich betreffen, da möchte ich jetzt mal drauf reagieren, meine Meinung dazu sagen und ja, mal gucken, was so passiert, ne, weil, cringe, absoluter Cringe, ich schwöre es euch, Achtung Leute, hört euch das an, so, der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nämlich ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet, also, das bedeutet in meinem Fall, ja, ich habe also, da ich ja eine Patchwork-Familie bin, also mit dem Hausstand meiner Ex darf ich mich noch in der Öffentlichkeit treffen und mit meinem eigenen Hausstand, das war's, wie das praktisch abgehen soll, weiß ich nicht, ja, aber jetzt geht weiter, ne, dies gilt verbindlich und Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert, steht hier drin, darüber hinausgehende Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, ihr merkt, das ist immer nur da, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind... Das ist für mich der Punkt, der mich am meisten triggert, Leute, ohne Scheiß, in privaten Bereichen, ich mache doch in meiner Wohnung, was ich will und wenn ich mich hier mit 100.000 Leuten treffe, angenommen, das ist keine Feier, hier geht's ja um Feiern jetzt, ich hab das Video schon gesehen, ähm, was ist denn, wenn ich jetzt eine Lerngruppe aufmache? Oder was weiß ich, irgendwie sowas, äh, das ist ja dann keine Feier und vor allem das Beste kommt noch, Bund und Länder, Bund, Bund, Leute, für alle, die ein bisschen Firm in der Materie sind, was hat der Bund damit zu tun? Angesichts der ernsten Lage, in der... Kommen wir gleich. ...azzeptabel, Bund und Länder wirken bei verstärkten Kontrollen zusammen. Da, das, das meine ich, das meine ich. Liest man drüber, ja. Bund und Länder wirken bei den verstärkten Kontrollen zusammen. Ehe? Das ist ein Ding. Wie kommt der Bund dazu, bei verstärkten Kontrollen in einzelnen Ländern, in einzelnen Städten und so weiter irgendwas zu machen? Das ist ja wie zu DDR-Zeiten. Das ist wie Ost-Berlin damals. Was ist das? Wieso der Bund? Sind dann überall so Grenzpatrouillen und, 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 was weiß ich, wenn du in die Innenstadt willst, dann musst du erst mal durch so eine... Ey, sie haben ein SU-Kennzeichen drauf. Was wollen sie dann in K? Also Siegburg und Köln. Äh, was? ...relativ klar geregelt, wer welche Kompetenzen hat. In den Polizeigesetzen der Länder und in verschiedenen anderen Regeln, ich kenne die gar nicht alle. Fakt ist, der Bund hat eigentlich in solchen Sachen nichts zu suchen. Was bedeutet das denn konkret? Konkret bedeutet das, sowohl die Bundespolizei als... Ehemaliger Bundesgrenzschutz? Doch, theoretisch die Bundeswehr können nach dieser Regelung plötzlich in den Ländern bei verstärkten Kontrollen zusammenarbeiten. Das ist ja totale Wahnsinn. Das ist das, was ich meine, Junge. Und man fragt sich auch, also, jetzt ganz ehrlich, was soll denn das Seuchenschutz technisch bringen? Dann stehen von denen auch überall Knubbels von Leuten rum. Und wahrscheinlich mehr als zehn, wenn die das ganze Gebiet da irgendwie, ne? Verstehe ich ja. Haben wir denn hier wirklich bewaffnete Bundeswehrsoldaten, die kontrollieren Ausweise von Leuten? Oder kontrollieren Leute auf der Straße und fragen, ob die zusammenstehen dürfen? Oder steckt da irgendwas dahinter? Wahnsinn! Wie kommt man dazu, zu sagen, Bund und Länder wirken bei Kontrollen zustande? Der Bund hat da überhaupt nichts mit zu tun. Ob sich Gruppen in der Öffentlichkeit aufhalten? Das ist irre. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Das mag Corona-Schutz sein. Fakt ist es, dass es... Also, ich meine, das ist ja... Ich weiß gar nicht, ob das in der DDR so war. Doch, in der DDR war das so. In der DDR ging das nicht. Da durft im Grunde jeder... Und bei den Nazis. Beim bluten Adolf Hitler. Der hat damit auch angefangen. ...Linformträger jeden jederzeit anhalten und sagen, hier, stopp, ich will mal wissen, was ich hier mache. So scheint das zu sein. Wahrscheinlich war es bei den Nazis auch so. Und bis dahin hat sich das Video noch nicht gesehen, Leute. Na schön, gut. Also, Bund und Länder arbeiten zusammen. Original, ey. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, auf private Reisen und Besucher auch von Verwandten zu verzichten. Für den Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Das macht sogar noch Sinn. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast eine sehr große Familie, der eine Teil wohnt in Frankfurt, der eine Teil wohnt in Köln, dass du da nicht mit 15 Mann zu den nächsten 30 Mann fährst. Ja, ja, das kann man ja so machen. Aber in meiner Wohnung mache ich doch, was ich will. Übernachtungsangebote im Inland nur noch für notwendige und ausdrücklich für nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Das heißt, du kommst meinem Portier an und der muss dich fragen, ist das hier, wollen Sie die Stadt besuchen oder ist das, ey, Alter, wie krass. Also auch Hotels müssen prüfen, habe ich hier einen touristischen Zweck, habe ich hier einen geschäftlichen Zweck, zu geschäftlichen Zwecken mag es noch gehen. Was ist das? Wenn ich keine entsprechende Begründung vorweisen kann, kann ich das vergessen. Ich darf also nicht mehr reisen. Das ist wie beim Honecker. Kann das auch sein, dass theoretisch irgendwelche Straßensperren auf der Autobahn aufgebaut werden, da wird man raus... Habe ich es gerade noch gesagt. Habe ich es gerade noch gesagt. ...gewogen und wird kontrolliert, wenn ich nach Bayern fahre mit einem sächsischen Kennzeichen, werden die sagen, aha, Sie sind sächsisch, aber wollen Sie hier? Du kommst hier nicht rein. Und dann werde ich kontrolliert und wenn ich einen triftigen Grund habe, dann wird man mich durchfahren lassen. Und wenn ich sage, ich wollte mal rüberfahren oder meine Mutter ist krank oder... Ja, dann war es das, 500 Euro Bußgeld. Alter. Also theoretisch können Sie die Straßensperre auch mit Panzern bauen, weil Bund und Länder arbeiten ja zusammen und... Das ist das, was ich... Ey, Hammer! ...dorfen die Bundeswehr eingesetzt werden. Super. Ja. So, und jetzt kommt, liebe deutsche Wirtschaft, herzliches Beide, wenn es so weiter ist. Institutionen und Einrichtungen der Freizeitgestaltung. Alter, Gaststätten, Hotels, Freizeitparks, die sich gerade ein bisschen erholt haben. Digga! ...werden geschlossen. Theater, Opern, Konzerthäuser, Ähnliches. Aber Schulen mit 30 Schülern in der Klasse und 500 Pens auf dem Schulhof, die bleiben auf. Sinnig. ...kinos, Freizeitparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten. Ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht mehr überlegen, was das, was das letztendlich bedeutet. Jetzt kommt auch Weihnachtszeit und so weiter. Also Messebetreiber. Ich bin ja als Stadtrat auch in Aufsichtsräten. Geht alles am Arsch! ...an solche Sorgen. Wie soll denn das funktionieren am Ende? Das bricht, ja, das gesamte gesellschaftliche Leben wird natürlich hier wieder runtergefahren. Ich bin auch jetzt nicht so der Mensch, der da so drinnen steckt, der damit zu tun hat, äh, den es groß was angeht. Aber ich sag mal, das Thema im Allgemeinen ist schon wichtig für jung und alt. Also man muss wissen, wie weit man da geht, wie weit man nicht gehen soll, was man sich gefallen lassen soll, was nicht. Äh, aber das hier, Leute, das ist... ...lockdown light oder hartnämmen... Lockdown light. Alter, was hier... Du kannst einen neuen Langenscheid rausbringen mit den scheiß Pandemie-Wörtern. Ernsthaft? Da ist ja unnummern, was hier für Wörter auftauchen. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Und die Frage ist halt, was es dann am Ende bringt. Wie soll denn das... Na gut, wir werden sie. Das ist nicht meine Aufgabe. Die Bundesregierung ist bestimmt gut beraten. Das merkt man ja an der juristischen Kompetenz dieser Geschichte hier. Wenn sie, ähm, wenn sie ärztlich genauso kompetent beraten sind wie juristisch. Schließlich hat die Regierung ja 180 Millionen Euro im ersten Halbjahr für externe Berater ausgegeben. Da werden tolle Ärzte dabei sein. Äh, dann wird das sicher alles sein. So, also Messen, Kinos, Freizeitparks, ist alles zu. Wettannahmestellen, Spielhallen und so. Produktionsstätten, Prostitutionsstätten, Portelle sind geschlossen. Okay, Freizeitamater... War ich eh nur in meiner Jugend zwei, drei Mal drin zum Gucken. ...ist komplett weg, ja. Alle öffentlichen, privaten Sportanlagen, Schwimmen und Spaßbüter werden geschlossen. Nichts mehr Fußball spielen, nichts mehr für die Kiddies, wenn die irgendwo trainieren gehen, vorbei. So, Fitnessstudios werden geschlossen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt, gänzlich. Gibt keine Veranstaltungen mehr. Gastronomiebetriebe, Gaststätten, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Merkt ihr was? Das gesamte gesellschaftliche Leben natürlich wird wieder verschwinden. Man schließt uns wieder ein. Das wird schlimmer wie beim ersten Mal. Und ich glaube auch nicht, dass der nur zwei Wochen geht. Oder bis Ende November. Wir hängen bis nächstes Jahr an der Scheiße. Das war aber auch ein Nebeneffekt. Und das ist das, was mich ja bei der ganzen Geschichte so sehr irritiert. Wir haben doch gerade in Gastronomiebetrieben, in Gaststätten und so weiter, haben wir doch extreme Sicherheitskonzepte, die doch funktioniert haben. Wir haben ja Masken tragen, dass man nur mit ein paar Leuten am Tisch sitzt. Und zwar alle darüber lustig gemacht, aber theoretisch hat es doch funktioniert, in eine Gaststätte zu gehen, einen Wunschutz zu tragen, sich an den Tisch in der Ecke zu setzen und dort zu sitzen. Oder wegen mir auch im Biergarten oder irgendetwas. Es ist doch nicht notwendig, diese Betriebe gänzlich und absolut zu schließen. Damit machst du die komplett kaputt. Damit machst du die komplett kaputt. Und dann kommt keine Unterstützung. In der Vergangenheit habe ich alle möglichen Anzeigen bearbeitet, wo Mandanten zu mir gekommen sind und wir sind im Ordnungsamt wegen einer Veranstaltung, weil wir die Auflagen nicht einhalten. Aber glaubt mir, das sind immer mal einzelne Gäste gewesen, die Gastwirte sind übervorsichtig. Du hast immer ein Arschloch, zwei Arschlöcher dabei. Das ist bei allem so. Ey, jetzt mal abgesehen von Corona und Pandemie und dem ganzen Scheißrotz hier. Egal was du machst, egal worum es geht, ein Arschloch gibt es immer. In einer überwiegenden Anzahl sind die ganz vorsichtig. Die wollten auf jeden Fall vermeiden, dass es weitere Schließungen... Ja, wegen ihrem Unnahm, äh Unnahm, Unnahm, wegen ihren Einnahmen, damit die wenigstens ein bisschen verdienen. Die haben ihre Konzepte mega streng umgesetzt, haben Leute einfach rausgeschmissen, die sich geweigert haben, eine Maske aufzusetzen, weil sie gesagt haben, ich habe, egal wie ich persönlich dazu stehe, ich habe Angst, dass ich Ärger kriege. Es gibt doch fantastische Konzepte. Das komplett alles zu schließen, heißt für mich eigentlich nur, den Raum einer öffentlichen Diskussion, den Raum, den Platz, in dem wir uns mit Mitmenschen austauschen können, immer mehr einzuschränken. Das ist alles, was das in meinen Augen soll. Man will halt in der schwierigen Situation möglichst auch noch den Deckel auf dem kochenden Topf lassen. Ich verstehe es sonst nicht, was das soll. Der Einzelhandel bleibt unter Auflagen geöffnet. Unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung, des Zutritts und zur Vermeidung und Warteschlangen geöffnet. Dabei ist sicherzustellen, dass ich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter verkomme. Alter, ey, was jetzt? Ey, überleg mal. So ein kleiner Lidl, der hat 255 Quadratmeter. Darfst du da mit 10 Leuten rumlaufen? Am besten, ey, Leute, kauft morgen, kauft heute, kauft heute noch ein. Samstag, 31.10. Kauft ein heute. Also, das ist genau das, was ich meine. Sie dürfen also nicht in eine Gaststätte gehen, sich ordentlich an den Tisch setzen, ja, mit Abstandsregeln und Hygienekonzepten und allem und dort was essen oder ein Bier trinken. Das dürfen Sie nicht. Sie dürfen sich aber nach wie vor im Baumarkt drängeln. Die Leute würden ja durchdrehen, wenn sie nicht mehr im Baumarkt könnten, wüssten sie ja gar nicht, was sie zu Hause machen sollen, die vier Wochen lang. Also das ist das Absurde. Ja, natürlich bin ich froh, dass wenigstens der Einzelhandel noch offen ist mit Abstandskonzepten und Ähnlichem, aber wenn ich dem Einzelhandel solche Lösungen aufzwinge und sage, ihr müsst hier Abstände machen und riesige Worte. Warum geht das nicht in den Gaststätten? So über den Parkplatz lenken, dass die Leute sich nicht drängeln und so weiter, dann kann ich das Ganze doch auch mit Gaststätten und Veranstaltungen machen. Ja, meine Meinung. Das ist ein Grund, warum das nicht so sein soll. Jetzt kommt es. Schulen und Kindergarten bleiben offen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Schulen wiederum bleiben offen. Kleiner Nachsatz. Angesichts der hohen Infektionszahlen werden weitere Schutzmaßnahmen durch die Länder eingeführt. Ganz, ganz klar, Frau Nagel. Lockdown light wird jetzt überall gesagt. Das ist ja nicht schlimm. Schulen und Kindergärten bleiben hier offen. Und dann der kleine Nachsatz. Weitere Schutzmaßnahmen werden durch die Länder eingeführt. Aha, okay. Also die Länder können und müssen, das ist ja auch, das ist ja wenigstens föderalismusmäßig im Grundgesetz so geregelt. Die Länder müssen also weitere Maßnahmen einführen. Das bedeutet also, ihr braucht euch gar nicht freuen, von wegen Schulen und Kitas bleiben offen. Nein, die bleiben natürlich bestimmt nicht offen. Das steht ja hier schon drin. Aber der schwarze Peter wird von der gottgleichen Kanzlerin Merkel weggeschoben auf die bösen Ministerpräsidenten der Länder. Die müssen es dann machen, die müssen es umsetzen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu den Themen. Warum wohl passt das so gut mit dem 4. November, an dem das gemacht wird? Na klar, in Bayern beginnen ja jetzt erst die Schulferien. Das heißt, die ersten zwei Wochen dieses Lockdowns sind in Bayern, wo der Herr Söder seine großen politischen Ambitionen gerade auslebt. Schon mal gar kein richtiger Lockdown, weil ja dort Schulferien sind. Die anderen Länder müssen sich halt den Kopf machen, ob sie böse sind und die Schulen schließen. Wahnsinn! Und damit das gesellschaftliche Leben oder das wirtschaftliche Leben ganz zum Erliegen bringen. Oder ob sie das halt lassen. Naja. Und in 14 Tagen wird ja neu geplant. Und wenn dann an Bayern die Schulen wieder öffnen. In 14 Tagen. Das ist genau der Punkt, wo die Schulferien da wieder vorbei sind. Dann können die Länder, also in dem Fall Bayern zum Beispiel, natürlich auch Schulschließungen wieder einführen. So. Dann kommt für die berorfenen Unternehmen wird ein Nothilfekonzept gewährt. Das wollte sich noch ausdenken. Uns wird Hilfsmaßnahmen für Unternehmen geben, insbesondere Kredite. Insbesondere vom Bereich der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft. Der KfW-Schnellkredit für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten wird geöffnet und angepasst. Ja. Das Problem ist halt, auch das ist eine Geschichte, wo man den Bundestag mal haben müsste, dass darüber debattiert wird. Aber genau deswegen ist es ja so eine Schande, dass das nicht passiert. Da muss das Volk drüber reden. Diese ganzen Kredite, die sind gut und schön, aber sie funktionieren nicht. Ich als Strafverteidiger beschäftige mich mit Insolvenzstraftaten. Die Unternehmen, die... Jetzt wisst ihr auch, was der Hauptberuf sich macht und was das für einer ist. ... jetzt noch, nach dem ersten schwierigen Halbjahr, auf einen weiteren Kredit angewiesen sind. Die machen sich im Grunde strafbar. Im Grunde genommen, wenn die jetzt einen weiteren Kredit aufnehmen, ist für viele das schon ein Eingehungsbedruck. Die wissen schon, dass sie gar nicht mehr zurückzahlen können, verlängern damit nur noch sterben. Die begehen erstens eine Insolvenzversterbung, weil ja auch diese verlängerten Fristen ausgelaufen sind. Und zweitens haben sie doch eh schon kein Geld mehr, sind auf den Kredit angewiesen, können aber das wahrscheinlich gar nicht zurückbezahlen. Es nützt also nichts. Die armen Unternehmer haben die Wahl zwischen Pest und Cholera, auf Deutsch gesagt, die müssen sich entscheiden, gehen sie entweder pleite oder machen sie sich strafbar. Und dass das auch alles angeklagt wird, das sieht man doch. Die Staatsanwaltschaft ist doch die einzige Behörde, die immer noch schön weiter drückt und weitermacht. Richtig, und die Arbeitsämter und so eine Scheiße. Also das ist der totale Wahnsinn, was wir jetzt hier gelesen haben. Irgend steht jetzt hier drin, Handwerk und Mittelstand soll zur Arbeit möglichst umfassend ermöglicht sein. Und die Arbeitgeber müssen jetzt Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen. Okay. Ja, Infektionsketten und so weiter sind zu identifizieren. Und die Unternehmen werden aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen. Super. Also besonders die Müller-Abforderung freue ich mich schon, wenn die Heimarbeit... Stell dir mal vor, die Arbeit ist in so einer 60-Mann-Malerkolonne. Heimarbeit, wunderbar. Gut, also da geht der Spaß jetzt wieder los. Allerdings ist es noch nicht Arbeiten verboten, sondern sie sollen nur in Heimarbeit stattfinden. So, dann gibt es spezielle Regeln für den Schutz von besonders gefährdeten Gruppen. Medizinisches Personal. Die verfügbaren Schnelltests sollen jetzt zügig und prioritär in diesem Bereich eingesetzt werden. Okay, ich darf nicht aus der Schule bleiben, ich kann euch noch gar nicht. Ich habe von mehreren Städten gehört, also diese Schnelltests, die sind nicht da. Keiner weiß, wo die sind. Also bei Feuerwehren und so weiter sind sie jedenfalls nicht. Die existieren, die gibt es noch gar nicht, diese schnelleren, besseren Schnelltests. Die Feuerwehren, die Rettungsdienste, wenn die getestet werden, die warten genauso vier oder fünf Tage wie ich jetzt hier gestern. So, Bund und Länder werden die Informationen noch einmal verstärken. Das heißt, du wirst so zugespampt jeden Tag. Bedeutet das, wir wollen denn Bund und Länder die Informationen verstärken. Also wir werden im BND, so Bundesnachrichtendienst, Original Honecker, ehrlich. Im Fernsehen zunehmend jetzt noch weiter mit Berichten übergossen werden, mit Angstberichten, mit Panikberichten, die diese Corona-Informationen sind. Das steht hier wirklich, Bund und Länder. Es wird auch so viel gefährliches Halbwissen verbreitet oder von so vielen Klugscheißern da draußen. Allein die 32 Prozent, die jetzt nach diesem Scheiß, das heißt so eine Statistik, die nach diesem Scheiß hier für noch schärfere Maßnahmen sind. Dann hockt euch in den Keller und haltet die Schnauze. Länder werden die Informationen über die geltenden Corona-Maßnahmen noch einmal verstärken. Das sind bestimmt die, die das ganze Klopapierchen gekauft haben. Durch möglichst einheitliche Maßnahmen die Übersichtlichkeit. Oh Mann. Also das bedeutet schlichtweg, wir werden weiter zugeschüttet mit dem Quatsch hier. Naja, ob das alles unbedingt Quatsch ist, das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Also, es macht ja schon Sinn. Und ich sehe es auch so, dass es teilweise richtig ist, das einzugrenzen, das irgendwie versuchen einzudämmen. Das ist jetzt, stellen Sie sich mal vor, das wäre so ein Ding wie die Pest. Die Pest hat damals zwei Drittel von der Weltbevölkerung ausgelöscht. Im Mittelalter. Also, so ein Ding ist das ja Gott sei Dank nicht. Und Covid gibt es halt auch schon seit den 50er Jahren. Halt nur nicht dieses 19er, dieses, ne? Das ist ja dieses Neue. Damit wir auch ja die Klappe halten und auch ja alle glauben, dass das alles nur zu unserem Besten ist. Im Übrigen, ich will das nochmal klar sagen, mir geht es nicht darum, dass ich meine schlauer zu sein, was die Pandemiebekämpfung angeht. Mir geht es nur darum, dass die Art und Weise, wie das hier passiert, an Durchsichtigkeit kaum noch zu überbieten ist. Das, was ich gerade gesagt habe. Sie ist eben rechtsstaatswidrig. Das darf man eigentlich nicht. Das ist totaler Wahnsinn. So, na gut. Der Staat selber, der darf das doch. Und dann steht also, Bund und Länder werden ja auch die Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen flächendeckend verstärken. Und dabei auch mittels verdachtsunabhängiger Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, die Einhaltung der Quarantäne vor. Was ist denn grenznahe Bereich? Aber ziehen die echt irgendwo wieder die Mauer hoch? Ordnung überprüfen. Das ist die Durchbrechung eines extrem wichtigen und wesentlichen Grundsatzes in unserem Rechtsstaat, in unserer Strafverfolgung. Verdachtsunabhängige Kontrollen. Das bedeutet, die Polizei braucht keinen Anfangsverdacht. Sie können jeden, jederzeit überall anhalten. Das ist wie in der Diktatur. Ja, wie die Sache, wie beim Honecker. Das ist der Wahnsinn. Und dann steht auch noch Bund und Länder. Das heißt, tatsächlich, es darf also auch die Bundeswehr und es darf also tatsächlich auch der Bundesgrenzschutz. Bundesgrenzschutz gibt es nicht mehr. Das ist die Bundespolizei. Abhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich. Auch wenn ich dann nochmal kurz überlegen darf, warum geht denn vom grenznahen Bereich bitte schön eine besondere Corona-Ansteckungsgefahr aus? Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Probleme beispielsweise in Berlin bei Großdemos, bei riesigen arabischen Hochzeiten, in Kirchen, in Hessen gewesen und bei Gottesdiensten irgendwo. Oder habe ich irgendwas falsch, habe ich was nicht mitgekriegt? Oder in Schlachthöfen. In welchen grenznahen Bereichen haben wir denn eine besondere erhöhte Corona-Infektionsgefahr? Italien. Im Wald an der Grenze zu Polen? Ja, oder Polen. Das ist fantastisch. Weil die Polen sicher auch alle zu uns wollen. Die sind ja froh, dass sie in ihrem Land da relativ safe sind. Ja, man darf nicht reisen, aber es kommen jeden Tag nur noch so und so viele Tausende von Flüchtlingen nach Deutschland. Hä? Mä? Jetzt, no rechts. Also schön, jedenfalls. Wir haben also verstärkte Kontrollen und das Besondere ist, ich schweife schon wieder ab, verdachtsunabhängige Kontrollen. Das heißt, ohne jeden Grund darf jeder jederzeit kontrolliert werden. Das ist der Hammer. Du gehst irgendwo lang so. Und dann von hinten hörst du so, äh, bleib mal stehen. Ich bin ja einer, der geht dann weiter, verstehst du? Und dann kommen wir mal zwei Ordnungshüter, Polizisten, Bundeswehrsoldaten mit der MG. Pff, äh, stehen bleiben jetzt. Alter, wie stellt man sich das vor? Das ist ein neuer und ein extrem weitergehender Schritt in die Richtung einer Diktatur. Ich weiß, meine Diktatur sagen, das ist alles nur geschwafelt. Das ist jetzt für viele, ist das jetzt wieder, was er da anschneidet, heißt es wieder, äh, Verschwörungstheoretiker, äh, Schwarzmaler, äh, ist doch richtig. Nein, der Kerl hat vollkommen recht. Nein, ist es das nicht. Weil es sind halt Maßnahmen, die waren in Deutschland bisher undenkbar. Und jetzt würde man auch sagen, ja, es gab auch bisher so eine Pandemie nicht. Das mag schon sein. Aber ich sage es nochmal, wenn der Bundestag, wenn unsere gewählten Volksverkehrer der Meinung sind, sowas muss passieren, dann in öffentlicher Debatte. Das hat man mit dem Volk abzusprechen, genau. Dann haben Bürger das Recht und die Möglichkeit, dort wenigstens mitzureden. Dann kann ich meinen Abgeordneten Arnold Faaz von der CDU anrufen und kann eben sagen, Herr Faaz, haben Sie sich das überlegt? Was macht sich da als Bürger? Kommen Sie zu meinem Stadtrat, reden Sie mal mit meiner Freie Wählerfraktion, bitte erklären Sie uns das mal. Wir wollen das nicht und wir verstehen das nicht. Dann gibt es die Interaktion, die eine Demokratie würdig ist. Das fällt komplett weg. Aber hier gibt es das nicht, hier wird das einfach entschieden, ja? So, und dann kommt noch so ein Nachsatz. Bunte Länder sind sich darüber im Klaren, dass es sich um sehr einschneidende Maßnahmen handelt. Aber sie sind notwendig mit Blick auf das zu schützende Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung. Hier können sich die Juristen auch nochmal schrecklich darüber streiten, ob das so überhaupt funktioniert, ob das ein Rechtsgut im Sinne einer solchen Rechtsverordnung ist. Wahrscheinlich ist es das nämlich nicht. Fazit der ganzen Aktion, weitere Einschränkung der Freiheitsrechte, Ausweitung der Kompetenzen des Bundes in einer extremen Art und Weise. Ja, ja. Aushebelung wesentlicher Grundsätze des Strafrechts, in dem verdachtsunabhängige Kontrollen eingeführt werden. Aushebelung des Föderalismusprinzips, in dem Bundeshandeln in den Ländern im polizeirechtlichen Sinne erlaubt wird. Es ist schlichtweg eine Katastrophe. Wahnsinn ist das. Es ist der Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit. Wenn das heute so geschlossen wurde, und das wird es garantiert, ja, es kommen einem die Tränen, wenn man sieht, was hier passiert. Und das meine ich eben nicht im gesundheitlichen Sinne. Ja, wenn wir eine Pandemie bekämpfen müssen, dann müssen wir sie halt bekämpfen, aber wir müssen sie ehrlich bekämpfen. Und dann müsste man die Ehrlichkeit auch besitzen, sich hinzustellen. Und so wie ich das hier vielleicht versucht habe zu sagen, so Jungs, wir handeln halt rechtswidrig, das machen wir jetzt aber einfach so, habt ihr Pech gehabt. Und danach treten wir geschlossen zurück und dann könnt ihr über uns urteilen und dann macht man eine Neuwahl. Im Grunde genommen ist das, was hier gerade passiert, wie eine Art Militärputsch. Ja, witzigerweise ein Putsch von oben. Hier putzen keine Generäle sich nach oben, um dann die Rechte auszuhebeln, sondern hier wird von oben geputscht. Die geltende Regierung hebt die Gesetze, die sie beschränken könnten, schlichtweg auf. Gut, Leute, hier machen wir mal einen Punkt, weil das ist jetzt, ne, das ist cringe, das interessiert mich nicht mehr. Aber ihr wisst, ich sehe das ganz genauso wie dieser Kerl da. Das ist einfach der Hammer. Das ist einfach der Hammer, was da abgeht. Ohne Scheiß. Viel zu krass. Viel zu krass. Einfach viel zu krass. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Teilt mir das mal bitte mit in den Kommentaren. Bitte. Würde mich sehr interessieren. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist ja... Absolut der Hammer. Absolut der Hammer. Was hat die Bundeswehr damit zu tun? Ihr könnt nicht mehr machen, was ihr wollt? Nö. Feierabend. Gibt das nicht mehr. Übelst krass. Tja, Leute. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich auch sehr. Ich muss jetzt auch sagen, über ein Abo freuen, etc. pp. Soweit so gut. Und tja. Haut da rein. Das war cringe. Das hat nicht funktioniert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.